Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Slender Rizzing am iPhone, iPod, iOS wie auch immer, ähm, ja diesmal spielen wir mit der Alligator nicht irgendwie den iPod aufnehmen, sondern wir spielen mit der Alligator zusammen, die nimmt auf, ich hoffe mal besser als bei The Walking Dead, ähm, so wir spielen unser beliebtes, beliebtes Spiel, äh, also meins auf jeden Fall, wir nehmen mal Nacht und, ähm, damit geht's auch schon los. So, nicht wundern, ah, mein Sitz knarrt ein bisschen, ähm, falls man so eine Aufnahme hört, das weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall, Aula City zeigt immer an, wenn ich, wenn ich das mache, wenn ich mich bewege, dann, äh, hört er das und, ähm, ja. Ja, ich, äh, hab mein Headset auf, hab das, ähm, ähm, am Fernseher angeschlossen bekommen und spiel jetzt, äh, groß auf dem Fernseher und ich hab jetzt schon Schiss. So, eine Seite haben wir schon, das heißt, es beginnt, weil wir sie haben. Geh weg. Und ich wünschte, wir könnten das tun. Ähm, da war er gerade. Ich hab ihn gerade gesehen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich hab keine Lust mehr. Freunde, tut mir das nicht an. Ich werd mich erschrecken. Das heißt, jetzt schon. Kerkel. Der will nicht mehr. Alter, diese Geräusche. Alter. Was war das? Eine weinende Frau. Alter, was macht die Füllspiel? Das ist sehr mega schlimm. Alter. Jetzt hesset wird es ja immer schlimmer. Hä? Hä? Und wo ist diese verkackte Seite jetzt? Hä? Hä? Sie verarschen oder so? Hallo? Seite? Ähm, Seite. Hier drin. Oh Gott. Ich bin mir nicht mehr. Ja, hier ist die Seite. Ist noch gut die Seite. Seite, 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 Seite. Seite, hier. You shall sleep alone. Was, was, was? Was? Was ist das denn schon wieder? Okay. Wir gehen jetzt hier raus. Das heißt, er steht hier irgendwo. Gott. Oh nein. Ich schwitze hier noch mein Handy voll. Total gut. Lieg dir in den Händen. Ich gucke auf den Fernseher. Schwitzt es voll oder was hier? Toll. Seite, 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 Seite. Give mir Seite. Was? Alter, Willm, kann man drei Minuten aufhören? Willst du mich verarschen? Ach, da, Seite. You made... Was? Miss, mistake, Missverständnis, wie, was, wo? Oh, nee, wir gehen nicht hier raus und er steht hier. Oh nein. Komm, ich will hier irgendwie die Augen schließen? Mann macht das nicht mit, der... Oh, Alter, dieser Arschbisser. Oh Gott. Toll. Jetzt ist mein Handy jetzt recht voll. Vollgesaut. Gut, scheiß. An den Händen. Toll, mein Herz pocht. Nein, die Atmosphäre ist überhaupt nicht krass. Das ist hier... Das ist deine eigene Schuld. Warum? Was hast du getan? Was hast du getan, Slender? Hä? Haha, jetzt kommt es mich erschrecken. Mir kommt immer genau dahin, wo wir... Was, Slender am PC? Da, da. Oh, nee. Sackgasse. Scheiße. Ich gehe rückwärts. Können Sie glauben? Je. So, okay. Wir haben es zum Glück überstanden. Alter. Das kann man doch nicht antun. Ich finde es persönlich schlimmer als am PC. Am PC, der ist ja nur hinter dir. Hier gespawnt der vor dir. Die Atmosphäre ist viel krasser. Oh, Alter. Was ist das denn? Him. Er. Okay. Oh, nö. Nein, 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 nein. Gänsehaut. Nö. Okay, wir schlagen uns gut. Das ist jetzt Rekord überboten. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier überlang dackeln. Ich will nicht wissen, wie aggressiv der jetzt wird, wenn ich die nächsten Seiten finde. Er. Das Bild habe ich noch nie gesehen von ihm. Da dieses Totenkopf-Dings. Für die nächste Seite. Zum Glück gibt es diesen Finder, Alter. Sonst würde ich niemals eine Seite finden. Oh, Alter, dieser Pisser. Alter. Ist ja bescheuert. Was ist diese Kack-Seite? Seite? Hier ist die Seite. Alter. Und jetzt steht er hier. Genau. Warum nicht? Alter. Ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut an den Beinen. So ein Arsch. Wie soll ich denn das Bett gehen? Vollgeschwitzt. Leute. Das können wir nicht mehr antun. Das ist ja grauenhaft. So wie viele Seiten haben wir. 6 von 7. Alter. 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 Jetzt geht's los. Das ist so fies, wenn das Länder uns jetzt kriegt. Und wie die verkackte 7. Seite nicht finden. Das ist mein Rekord. Geil. Bitte. Bitte. Ich will die 7. Seite finden. Bitte. 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 6 Minuten nimm mir jetzt auf. Na super. Und hör auf, so knack, du scheiß Stuhl. Gott. Oha. So ein Pisser. Ich hasse ihn. Oha. Mann, hat er's bald. Alter. Gott. Oho. Was war das? Oh nein, 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 nein. Scheiße. So ein Arschwixer. Toll. Hm, Wegzeiten gefunden. Nee, nee, nee. Die 7. war ganz im Greifen nah. Fick dich, ey Slender. Kacke. So, jetzt mach ich aber mal ne andere Map für euch, weil meine Map ist eigentlich Lost Ward. Aber für euch nehm ich jetzt einfach mal eine, die ich nicht so mag. Und wir nehmen, nehmen wir eine Night-Version? Ey, Night. Wir nehmen mal Night jetzt. Wir machen mal Night durch. Und sind bei acht Minuten. Oha, dieser Stuhl, man kann sich nicht mal nach vorne lehnen. Boah. Lass ich sich erst mal erholen von dem ersten Part. Äh, nicht ersten Part. Von der ersten Map. Das war ja der... Oh, was ist hier? Ja, jetzt hier. Hallo. He has always watched you. Oh oh. Er sieht uns immer irgendwie so. Oh nee, da ist er schon. Er weiß immer, wo wir sind. Er sieht uns immer. Oh nee, jetzt kann ich mich jetzt klopfen an vom Herz. Okay, bis jetzt sieht's gut aus. Also die Elgato nimmt bis jetzt ziemlich gut auf. Ähm, was bei The Walking Dead leider Gottes nicht da ist, da verzerrt das Bild immer so ein bisschen ab und zu mal. Ich weiß leider nicht warum. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Quali ein bisschen runterdrehen. Also, sprich, ähm, da gibt's ja drei Formate. Also, es gibt natürlich hier Standard, Mobil, ähm, Original, 27p und 1080p. Aber dann gibt's nochmal drei Unterteilungen. Es war gut. Besser. Am besten. Und, ähm, da denke ich mal, stell ich mir einfach auf die Mitte. Und dann werde ich mal sehen, wie es dann ist. Ob das dann immer noch verzerrt ist. Wenn ja, dann liegt es wohl am Spiel, dass es so nicht so gut Airplay-fähig ist, sag ich mal. Ich nehme mir mit dem, äh, HDMI, also Lightning-to-HDMI-Stecker auf. Der ist, kann ich mal kurz erklären, der ist am, ähm, der Stecker ist am Handy. So, der Stecker hat zwei Outputs, einmal zum Laden. Also, weil es natürlich sehr viel Energie frisst, ähm, die ganze Zeit Airplay zu spielen. Ähm. Oh, ich hasse diese Map, Entschuldigung. Die, ich find hier nichts, wir haben eine Seite gefunden. Eine, eine Seite. Ich find hier nix. Naja, auf jeden Fall, äh, sehr gut. Oh, ne, da steht da. Ja, auf jeden Fall, äh, das Kabel geht dann an ein HDMI-Kabel, das... Wow, alter, so ein Arsch. Das, äh, HDMI-Kabel geht dann an die Elgato HDMI-In und die ist irgendwo eine Seite. Also, ich bin grad so ein bisschen... Ah, hier. Keine Ahnung. Was mit... Er hat keine Augen oder so, weiß ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall geht dann, ähm, das HDMI-Kabel zu HDMI-In in der Elgato. Äh, die Elgato hat dann hinten HDMI-Out. Und das HDMI-Out-Kabel geht am Fernseher, dass ich, ähm, Ton hören kann und, ähm, Live-Ton und, ähm, Live-Bild. Ähm, dann am Fernseher hab ich dann ein Verlängerungskabel von Kopfhörern herangemacht, was dann, ähm, Out, Out oder Input, ich weiß jetzt gerade nicht welches das ist, ähm, vom Sound hat. Und das geht dann von, äh, geht dann an den Sennheisener Mini-Stecker, was soll immer das sein soll. Ich weiß nicht, wie der Stecker sich nennt, das ist so ein ganz kleiner Stecker, der geht dann an das USB-Teil ran. Das USB-Teil ist dann am PC dran und, ähm, ah, jetzt hast du mich nicht erschrocken. Und, ähm, dann hör ich halt den Sound vom Spiel. Oh, nö, jetzt ist hier ne Sackgasse. Hier waren wir doch schon. Ach, wie ich die Map hast. Ja, dann sieht man mal, dass ich die Map nicht viel spiele. Ähm, so, das, äh, Kabel geht dann da, dann nimmt Outer City meine Stimme auf. Ich hör im Teil einen Live-Ton durch diese Dingsbums, weil das ist ja ein, äh, Multi-Plattform-Gaming-Headset. Und, ähm, das, ähm, bewirkt im Teil, dass man jetzt an der Playstation und so weiter ran tun kann. War ja nicht schon mal, äh, Dingsbums. Ähm, Lat. Und, ähm, ja, und so weiter und so fort, ne. Und da ist jetzt halt dieser Stecker dazu und dann kann ich das hören. So, und dann, die Elgato hat dann USB-Mini-USB-Dingsbums dran, ne. Der geht dann am PC an USB-M-T halt. Und der nimmt das dann eben halt auf. Muss ich dann zwar nur einstellen, also ich hab dann, hab zwei Tage oder so verbracht, so ein bisschen einzustellen. Also, vom Sound her. Alter, was ist denn das hier für ein scheiß Sound? Irgendwelche Schreie, dieses... Pfff, pfff. Todestrommel bei Far Cry 3, oder wie? Äh, Far Cry 3, ich bin schade. Cry of Fear, man. Boah. Ist echt heftig. Naja, und auf jeden Fall ist hier ziemlich alles voller Kabellage. Ähm, der Fernseher ist vor mir. Da guck ich dann halt auf. Neben mir ist dann mein kleiner Tisch. Den hab ich daneben geschoben, darauf ist dann der PC, dass ich mal rüber gucken kann, wie lang ich aufnehme, wie Aula City da aufnimmt, ähm, und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, dann hab ich noch meine Uhr da, dass ich sehen kann, wie spät ist es, 23, 58 ist es, 59 jetzt, ähm, ja, dann noch was zum Saubermachen, wenn ich mein Handy vollschwitze, so wie hier bei Slender, dass ich dann nachher, wenn ich irgendwann... bewegen, weil es dann klebt, dann... Wow, Alter, nein, 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 nein. Scheiße. Achso, können wir noch wegziehen? Wegziehen, 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 weckziehen. Nein. Ich hab da auch wieder gedreht wie ein Hörer, siehst du, daran merkt man schon, dass da so ein Film drauf ist, ja, vier Seiten, dass da ein Film drauf ist, dass man das nicht so wegkriegt, so, so bewegen kann, das, äh, macht das halt so. Und dann mache ich das sauber und dann, ja, dann ist fertig, ne, also so weiter und so fort. Sieht auf jeden Fall lustig aus, so viel Kabellage hier zu haben. Naja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein zu Let's Play Slender Rising. Das ist, glaube ich, jetzt schon der fünfte Part, den ich gemacht habe. Diesmal enthalten mit der Gart so zusammen, jetzt könnt ihr meine Finger nicht mehr sehen und eine sehr gute Stimme hören. Na gut, also meine Stimme ist natürlich kack, aber ich meine jetzt vom Sound her. Und, ja, ich höre mal auf zu plabbern und sage mal, ciao Leute, bis zum nächsten Mal und, ja, haut rein.